So, da sind wir wieder, bei der nächsten Runde, bei der Runde Geld oder Leben. Ja, ich denke mal, wir haben ja jetzt in der letzten Runde Drake als neuen Helden bekommen, dann starten wir auch mal gleich rein. Sehr schönes Gruppenbild. Allerdings hätte ich ihn auch gerne als Held wieder, Mann. Wie konnte dieses schöne Land nur der schrecklichen Tyrannei Kadirs anheimfallen? Doch nun waren die Bewohner dieser einst so lebensfrohen Provinz bereit, sich ihrem Peiniger zu stellen. Mit der Ankunft von Dario und seinen getreuen Freunden fassten sie Mut und revoltierten. Die Bewohner dieser Siedlung stehen loyal zu euch, mein König. Auch die Bewohner der Randbezirke haben sich gegen Kadir erhoben. Im Osten gibt es eine florierende Wirtschaft. Im Westen gibt es erstklassige Technologien. Ihr könnt euch also glücklich schätzen. Doch der Feind ist stark. Stadthalter Kadir hat all seine Kräfte mobilisiert und steht mit gut gerüsteten Truppen dicht vor den Randbezirken. Es ist unmöglich, beide Gebiete gegen ihn zu verteidigen. Ihr tut gut daran, eure Verteidigung auf einen der Randbezirke zu konzentrieren, um nicht beide zu verlieren. Unterschätzt den Stadthalter nicht. Er steht mit dem Rücken zur Wand und wird schnell und hart zuschlagen. Haltet eure Verteidigung aufrecht. Kontert und stellt Kadir in seiner Burg. Oh, bevor ich es vergesse. Im Süden lebt ein Ritterorden. Er wird uns sicher helfen. Ach nett. Ja, ja. Ja. Ganz klar, wir müssen hier die Wirtschaft verteidigen, obwohl hier stehen ja meine Kasernen und so. Das kann ich ja nicht einfach stehen lassen. Da ist eine Enge. Da. Da kann es von so vielen Seiten kommen, das ist schlecht. Wenn's denn sein muss. So. Wenn's denn sein muss. Was ich jetzt seltsam finde. Ach ja, erstmal neue Technologien. Hm. Hier steht ein Dorfzentrum. Ja, ich muss ja ganz klar das Dorfzentrum verteidigen. Ich brauche Truppen. Ah, schlecht, 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 schlecht. Ach, der ist dann um notfalls die Brücke zu sprengen. Und hier der genauso. Okay. Ja, da muss ich einfach mal zusehen, alles schnell genug zu erforschen, ne? Das ist mal Zahnräder, wir brauchen Verteidigungstürme. Ja, da hinten ist jetzt Lehm. So, fahrt. Das heißt jetzt wohl einfach übelst schnell handeln. Dario geht mal hier hinter. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja, mein Gott. Oh, dann wird zwar übelste Verteidigung. Ja, ich brauche aber selbst auch Verteidigung. Zahle. Oh, ich glaube... Ich habe doch eine Kathedrale, oder? Nein, eine Kapelle. Ich brauche eine... Ich... Ich brauche mehr Steuern. Oh. Zahle. Mit Freude. Die Schurken im Norden haben unseren Priester entführt. Es wäre uns eine Freude, euch im Kampf gegen sie zu unterstützen. Der Gouverneur hat sich hier wahrlich keine Freunde gemacht. In welchem der beiden Randbezirke sollen wir Stellung beziehen? Hm... Ist mal das da, weil bei der anderen... In Ordnung, Männer. Auf geht's. Können wir den wieder anreden? Nee. Okay, da verdrängt die jetzt. Ich versuch... Die haben ja ausdrücklich gesagt, dass es nicht gut wäre, wenn wir versuchen, beides zu schützen. Oder es nicht geht, beides zu schützen. Ich habe hier meine ganze... Mein ganzes Militär und so steht hier rum, also... Ich versuch mal, beides zu halten. Wird auch die Runde ein bisschen spannender. Wir brauchen aber wirklich anscheinend mehr schnell Ressourcen. Das kann kein Ungläubiger verbessern. So, Na, die baut jetzt erstmal hin. Ari wird mal wieder da hier Erkunder spielen. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Das wird helfen. Die gehen jetzt dahin und verteidigen hier. So. Die R-Cidi. Ist ja klar, dass ich das hier erstmal verteidigen muss. Sonst komm ich hier gar nicht zurande. Und ich muss hier noch eine Chemie errichten. Wenn ich Alchemie erforschte, verdammt. Eine neue Technologie ist erforscht. So. Ja. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Das Gebäude ist aufgeforscht. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Es sei. Ich brauche die Schmiede. Zwei Schmieden. Ihr habt eine neue Technologie. Ich bin schon unterwegs. Ich habe den Timer gar nicht gesehen. Ja. Na gut. Gehst du mal da rüber? Ich muss jetzt auch hier erforschen, wo Ressourcen sind. Ich werde mich darum sorgen beim Kalifen. Ich bloß wüsste, von wo die kommen. Gut. Bots, Mekka und Medina, natürlich. Jawoll. Wenn ihr wollt. Sicher. Oh. Schleicht. Ganz schlecht. Ungesehen und ungestimmt. Komm, ihr seht mich nicht. Sicher. Oh, das hat geklappt. Muss ich mir merken. Natürlich. Ganz übel. Das heißt, sie werden wahrscheinlich hier als erstes angreifen. Nein. Ich habe nicht so viel. Es ist zahlt. Ich habe ja nicht so viel Verteidigung. Ich muss hier die Türme vor allem ausbauen. Wie ihr wünscht. Freilich. Na gut. Ausbau fertig. Ihr braucht mehr Holz vor der Hütte. Schlagt zuerst mehr Holz. Mit Freude. Sieht ausbau angeschlossen. Ich brauche mehr Holz. Euer Wunsch ist mir befehlt. Schrecklich. Gebt Acht. Die Falle ist aufgestellt. Mehr Holz. Ich brauche mir Leib eigentlich in die Holzfälle. Natürlich, das geht jetzt wieder aufs Geld. Es ist alles ein bisschen kniffliger. Vor allem, weil man unter Zeitdruck steht. Und ich mag kein Zeitdruck. Freilich. Ich bin schon unterwegs. Elias könnte versuchen, eine Kanone zu bekehren. Das wäre vielleicht wahrscheinlich gut. Und, so leid es mir tut, ich muss wohl diese Runde die Steuern erhöhen. Die Option habe ich noch gar nicht. Dazu brauche ich Rechnungswesen. Verdammt. Ja, Bildung. Bilde dich fort. Ihr braucht mehr Holz vor mir. Ich habe jetzt hier schon die Schmiede gebaut. Auch nicht. Holz. Ich habe doch hier ein Lager. Lager. Schleicht. Eine neue Technologie ist erforscht. Ich wette, ich gehe die ganze Sache jetzt total falsch an. Ich denke mal, bis auf das Dorfzentrum kann man ja alles hier wieder aufbauen. Hier tun wir. Das ist Zahltag. Ihr braucht mehr Holz vor der Hütte. Holz. Halt euch. Ach, die greifen jetzt an. Oder die stellen sich hier und wird es hier hin. Oh nein, der Angriff kommt. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mache das schon. Ich brauche noch eine Kanone. Wie ihr wünscht. Vorsicht jetzt. Geht nicht zu nah dran. Ich gebe mein Bestes. Flieg. Und zeig uns, was du siehst. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Drake. Der einzige Typ. Mit Verden. Okay. Lasst gar nicht. Natürlich mindestens einen Turm ausbauen und verteidigen uns zu unterstützen. Was blöde ist, ich habe jetzt da zwar die Truppen gesehen, aber das heißt nicht, dass er bei beiden angreift. Oh, nicht bei beiden angreift. Verschützer habe ich. Ausbau fertig. Verschwerget kämpft. Ja. Äh, Sperrträger meine ich natürlich. Ja, vor allem hohe Technologien. Ich muss erst mal wieder alles selbst erforschen. Was noch mehr Grund ist, dass ich alles hier verteidigen muss, weil ich das sonst total verliere. Das kann kein Ungläubiger besser. Ja, oh, okay, okay, okay. Okay, oh, schlecht. Gebt acht, euer Don...